Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft und herzlich willkommen zu einer anderswilden Vorstellung, denn es gab ein Update zur Create-Mod. Ich denke mal, dass viele von euch die Create-Mod kennen. Es ist eine, wenn auch nicht die beste Mod, die es so in Minecraft gibt. Ich habe jetzt gerade hier einfach eine Minecraft-Welt nur mit dieser Create-Mod und sie fügt halt Minecraft ganz, ganz viele mechanische Bauteile dazu. Dass es Zahnräder gibt, man kann zum Beispiel auch tatsächlich so Übersetzungen bauen, man kann Maschinen bauen und viele, viele Dinge. Und vielleicht verfolgt ihr auch das Projekt Create-Live, wo wir gerade uns mit dieser Mod im Survival auseinandersetzen. Und jetzt gab es vor ein paar Tagen ein Update zu dieser Mod und in diesem Update gibt es einige Sachen, die so cool sind, dass ich es euch in diesem Video mal gerne vorstellen möchte. Ich zeige euch jetzt in dem Video nicht alles, was neu ist. Da gibt es viele super gute YouTube-Videos. Schaut euch gerne diese an. Aber die, ja sagen wir mal, oder so das Lieblingsfeature von mir ist das hier. Und ich will euch heute erklären, wie es funktioniert, denn mit der neuen Mod kann man tatsächlich Fahrstühle bauen. Weil es bestimmt ein paar einige von euch fragen werden, ob wir diese Mod in unser Projekt mit reinnehmen. Geht leider nicht, wegen Kompabilität mit anderen Mods aktuell. Aber erstmal zu den kleinen Änderungen. Es gibt zum Beispiel jetzt sowas hier, einen Blog, der sich Copycat nennt. Und Copycat gibt es in verschiedenen Formen und Stufen und sonstiges. Und Copycat kann nichts anderes, als dass man da einen Blog reinsetzen kann. Und das Beste von allem ist, bei diesen Copycat-Blöcken, dass sogar tatsächlich, und das muss ich echt mal gerade Riesenrespekt an die Entwickler von Create aussprechen, die haben für alles mögliche Item-Models gemacht. Also quasi, dass das halt auch kompatibel ist, dass man diesen Kolben in was Kleines übersetzt. Und mit diesen Copycat-Dingern könnt ihr zum Beispiel Wände bauen. Und ihr könnt da zum Beispiel sagen, okay, ich will, dass in diesen Wänden hier Baumscheiben drin sind oder irgendein anderes Material drin ist. Und es funktioniert einfach. Gut, wie kriegt ihr die Sachen wieder raus? Ganz einfach mit einer Ranch. Das ist ja wichtig, die Sachen hier in Create. Und da könnt ihr natürlich noch andere Sachen da reinsetzen. Also zum Beispiel, ich glaube, so ziemlich fast jeder Blog lässt sich da reinsetzen. Jeder Blog, der, glaube ich, als Blog da ist. Das heißt, eine Barrel ist möglich. Natürlich, eine Kiste ist nicht möglich, weil die Kiste, glaube ich, modelliert ist. Also quasi alle modellierten Blöcke oder zum Beispiel ein Amboss oder so. Also alle Blöcke, die Tiefen haben, lassen sich, glaube ich, nicht in den Copycat mit reinpacken. Ja, ihr seht, das geht nicht so einfach. Aber allein dieses Detail ist schon unglaublich. Dann gibt es noch viele andere Sachen. Zum Beispiel, es gibt seit neuesten Clipboards. Die kann man sogar irgendwo hinheften. Und das sind quasi To-Do-Listen. Da kann man quasi abhacken. Video liken, Kanal abonnieren, Kommentar schreiben. So, und das Schöne ist halt, wir können in Create ja Schematics erstellen. Das kennt ihr bestimmt mit der Schematic-Kanone. Und ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich erstelle von da bis nach da eine Schematic. So, und wenn ich jetzt quasi, oder machen wir nochmal eine neue Schematic. So, zack, machen wir mal so. Bumm, dann habe ich die direkt in der Hand, die Schematic. Und wenn ich die zum Beispiel jetzt irgendwo hinsetzen möchte, und ich packe das in eine Kanone, da kann ich jetzt auch hier dieses Clipboard benutzen. Auch das ist ein irre cooles Feature. Denn jetzt werden sogar auch die Blöcke hier angezeigt. Was ich richtig cool finde. Wir können Blöcke abhaken, und dann können wir auf diesen Knopf drücken, und dann werden alle Sachen von der Liste runtergenommen, die abgehakt sind. Sehr, sehr cool. Vor allem auch noch ein Detail. Wenn wir die Liste an die Wand hängen, und es ist nichts mehr auf der Liste drauf, dann ist die Liste leer. Wenn was drauf ist, ist die Liste voll. Die Details sind sagenhaft. Wirklich sagenhaft. Das geht hin bis zu, wenn wir jetzt Blöcke haben, irgendwelche Blöcke, die einstellbar sind, und dann haben die ein neues Interface. Früher weiß man, dass man mit der Ranch irgendwie hin und her scrollen musste. Das war hier und da nervig. Dann war es im Survival und scrollte es so durch das Inventar, und plötzlich blieb das hier stehen. Jetzt ist es anders. Man macht einen Rechtsklick hier drauf und hält einen Rechtsklick, und dann kommt dieses Interface, wo man es einstellen kann. Bestes Beispiel hier im Creative haben wir den Motor. Und wenn ich den jetzt hier hinsetze, dann seht ihr, das neue Interface ist viel intuitiver. Man hält Rechtsklick gedrückt, und jetzt kann ich quasi hier einstellen, wie schnell sich unser Motor drehen soll. Und das ist wirklich ein großartiges Detail. Dann gibt es noch viele weitere Details. Zum Beispiel für die Züge hat sich ein Block besonders hinzugefügt, und zwar dieser hier, Mechanical Roller. Das heißt, wenn ihr einen Train baut, auch hier nochmal die kurze Zusammenfassung, falls ihr nicht wisst, wie das Ganze geht. Ich zeige es euch gerne mal eben kurz. Und zwar Züge in Create ist ja mit Abstand eines der krassesten Features. Wir können ja echte Schienen hier bauen. Und wir können zum Beispiel auch so einen Berg bauen. Zack, dann sieht das Ganze so aus. Wichtig auch nochmal für die Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen, wenn man Schienen in Create baut, dann bauen die zum Beispiel von alleine Kurven. Das heißt, wenn ich jetzt da oben eine Schiene habe, und ich setze jetzt das Ganze hier hin, dann seht ihr, wird eine Kurve gebildet. Wenn ich Steuerung drücke, seht ihr, kann ich damit einstellen, wie dynamisch diese Kurve sein soll. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine sehr, sehr große Kurve nehme, zum Beispiel irgendwie so, dann seht ihr, macht der Steuerung schon einen Unterschied. Also entweder so oder so. Und da kann man echt doch ziemlich coole Gebilde bauen. So, und wenn man jetzt Züge in Create aufsetzen möchte, dann braucht man vor allem eins, und zwar man braucht eine Train Station. Das heißt, die solltet ihr euch dann holen. So, zack, das ist meine Train Station. Die setzt ihr hier hin, setzt sie daneben, macht dann hier auf Create new Train. Und ihr seht zum Beispiel auch noch eine Sache, und zwar das hier. Und ich finde es einfach so geil, dass ein Feature, welches bislang in einer anderen Mod dabei war, und zwar Steamed Rails, ist jetzt Bestandteil von Create. Das heißt, wir können jetzt in Create selbst, also in der Mod Create quasi sagen, welche Türen sich öffnen sollen oder schließen sollen. Also auch das großartig, dass es jetzt in die Mod integriert ist. Also ich liebe das tatsächlich. Und wie gesagt, wartet mal, bis wir gleich zu den Fahrstühlen kommen. Aber dieses Fiech hier, den Mechanical Roller, ich glaube, ihr habt gar keine Ahnung, was der tatsächlich kann, dieser Bursche. So, wenn wir einen Train kreieren, dann brauchen wir diese sogenannten Bogies, auf denen dann der Train läuft. Ich mache jetzt mal einen ganz billigen Basic Train. Es geht jetzt gar nicht darum, dass ich hier was Schönes baue, aber ich möchte euch gerne mal zeigen, was theoretisch hier möglich ist. Und wir machen jetzt mal vorne hier diese Roller dran, okay? Die Idee ist, dass man die Roller vorne an einen Zug dran baut. Dann brauchen wir noch etwas, und zwar Barrels. Und auch da gibt es jetzt gleich eine Neuerung, die ziemlich cool ist. So, wir brauchen für unseren Train noch ein Seed, das wir uns dran setzen können. Und wir brauchen Train Controls. Also ein Train möchte immer ein paar Sachen haben. Zum Beispiel Train Controls, zwei Bogies, dann ist der Train glücklich. Natürlich muss das alles auch noch vernünftig miteinander verklebt sein. Also ansonsten funktioniert der Train erst gar nicht. So, wir verkleben das Ganze mal eben. So, ist verklebt. Achtet darauf, dass alles richtig miteinander verklebt ist, sonst kann der Train nicht assembled werden. Und wenn wir ihn jetzt assemble in Train, seht, hat funktioniert. Wir können jetzt auch theoretisch rauf und runterfahren mit dem Train. Das heißt, rechts lege auf die Controls. Und ja, funktioniert soweit. Sehr schön. Wir können auch wieder eine Station angehen. So, und eines der ersten Features, die richtig genial sind, das. Wir können jetzt auf Inventare zugreifen von Trains. So, und jetzt kommen diese Roller hier. Diese Roller, denn die sind tatsächlich ganz special. Denn da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie diese Roller funktionieren. Ihr seht, Slop Fill Below. Es gibt drei Einstellungsmöglichkeiten. Clear Blocks, etc. Das erste ist Clear Blocks. Das heißt quasi, sollten sich Blöcke irgendwie im Gleisbett befinden. Und das Gleisbett belegen. So, irgendwie. Wie auch immer. Und diese Roller sind aktiv. Dann assemble den Trailer, machen die nichts anderes, als alle Blöcke, die nerven. Fahren wir mit dem Zug. Weg. Natürlich nur da, wo die Roller sind. Also, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass es auf der Höhe der Roller ist. Aber das ist gar nicht das geile Feature. Denn jetzt kommt der eigentliche, eigentlich spannende Teil von den Rollers. So, wie das Assembling-Train nochmal. Denn die können den Boden befüllen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Jetzt ist mal Variante 1 eingestellt. Wir können hier zum Beispiel als Material Stein definieren. So, jetzt packen wir mal Stein hier rein in die Kisten. Und ihr seht, wenn wir jetzt mit dem Zug fahren, dann achtet, was passiert. So, ab die Post. Jetzt seht ihr, setzt er in den Untergrund Stein. Und das Beste von allem ist, ihr seht quasi, der Stein wird jetzt so hier direkt eingesetzt. Wenn ich hier nach oben fahre in den Slope. Und der Zug versucht sogar, das richtige Material zu wählen. Das heißt, wenn das Material, was wir haben, Slabs unterstützt, dann werden auch Slabs gebildet durch die Roller. So, ihr denkt, das war cool? Ne, warte mal ab. Wir können noch den nächsten Modus aktivieren. Der nächste Modus ist, fülle das Material bis zum Boden auf. Also quasi, ihr seht, da hat das Material jetzt noch bis hier gefüllt. Aber zum Boden würde er da füllen. Und das Letzte, das ist der krasseste, wir können damit Slopes machen. Was ist eine Slope? Nun, das ist eine Aufschüttung. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochfahre, achtet, was passiert. Ein bisschen Stein ist da drin. Jetzt baut er quasi eine Art Damm. Und er baut den Damm realistisch quasi. Sodass, wenn ein Zug jetzt hier hochfährt, dass das auch schön am Ende aussieht. So, zack. Mein Train hat die Endstation erreicht. Und wir haben jetzt tatsächlich einen ganzen Damm gebaut. Nur mit diesem Feature. Ihr merkt schon, wie crazy das ist. Dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Und ein wichtiger Block für uns ist jetzt der neue Constraption-Control-Block. Den kann man an Dinge dran machen hier in Create, die sich bewegen. Und kann dafür sorgen, dass diese Dinger dann z.B. anhalten. Das heißt, z.B., wenn wir eine Konstruktion in Create bauen, an der z.B. ein Harvester dran ist, dieses Viech hier, und an dem eine Saw dran ist, dann können wir theoretisch dem Kollegen hier sagen, ich möchte gerne, dass die Saw abgeschaltet wird, aber der Harvester weiterläuft. Das sind jetzt tolle Sachen. Wie gesagt, schaut euch da gerne noch mal andere YouTube-Videos an, die das bestimmt besser erklären. Aber diese Caption-Contraption-Controls, der kann etwas. Denn es gibt einen Block, der ist neu. Und der ist der Beste von allem, Elevator-Pulley. Und damit, meine Damen und Herren, ist eigentlich mit Abstand eines der coolsten Blöcke in Create geboren, den es so gibt. Denn, ob acht, man kann jetzt Fahrstühle bauen. Für einen Fahrstuhl brauchen wir zunächst einmal überhaupt ein Konstrukt, wo sich der Fahrstuhl dann bewegt. Setzen wir einmal hier hin. Angenommen, das ist jetzt mein Fahrstuhl. Es gibt jetzt auch neue Doors in Create, also verschiedene neue Türen. Und z.B. auch cool sind hier die Under-Seat-Doors. Wenn wir die mal hinmachen, dann sehen wir, die öffnen sich in einer ziemlich coolen Animation. Hat so ein bisschen Fahrstuhl-like. So, und alles, was wir jetzt machen müssen, ist quasi erstmal eine Fahrstuhlkabine zu bauen. Ich baue sie jetzt mal easy as f. Also quasi gar nicht so wunderschön. Ich gebe mir jetzt gar nicht riesig Mühe. Wir müssen die Kabine natürlich auch miteinander verkleben. Das ist der erste Punkt, den wir machen müssen. Dann sollten wir natürlich am obersten Rand von all dem den Elevator-Control-Block, also dieses Ding hier, hinpacken. Das ist schon der ganze Mechanismus in einem. Es ist egal, wo das ist, solange er quasi am Ende Kontakt zu dieser Konstruktion hat, ist all good. Und wir müssen den Elevator natürlich noch mit Energie versorgen. Und je nachdem, wie viel Energie reingeht, je nachdem ist der dann schnell oder langsam. So, wir packen mal einen Motor hier dran. Und ich stelle mal den Motor, machen wir mal auf 64. Das ist, glaube ich, ein schönes Tempo für den Fahrstuhl. Was wir dann machen müssen, ist ein Rechtsklick auf den. Aber ihr seht, er sagt jetzt schon, irgendwas hat noch nicht ganz gestimmt. Denn der Elevator braucht noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar die Redstone-Contacts. Davon braucht ihr nämlich einige. Ihr müsst nämlich an diese Konstruktion, die ihr gebaut habt, irgendwo, es ist egal wo, einen Redstone-Kontakt nach außen machen. Das ist das Wichtige. Erst dann kann der Fahrstuhl assembled werden. Also wenn wir jetzt einen Rechtsklick drauf machen, hat es funktioniert. Der Kontakt muss nicht direkt unter diesem Belt sein. Das ist jetzt Zufall. Ihr könnt ihn auch woanders hinsetzen. So. Aber es ist super wichtig, dass mindestens einer von diesen Redstone-Kontakten hier an dieser Konstruktion dran ist. Und dann funktioniert das. Quasi dann können wir das Ganze assemblen. Und jetzt ist der Fahrstuhl sozusagen ready to use. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist, ihr seht, wenn wir Redstone-Kontakte hinsetzen, sehen die so aus. Wenn ich jetzt allerdings einen Kontakt hier hinsetze, sieht er auch so aus. Wir müssen ihn richtig herum hinsetzen. Wenn ich ihn so hinsetze, seht ihr, plötzlich ändert er sein Layout. Und ihr seht, wenn wir jetzt ein bisschen nach oben gehen, und ich setze zum Beispiel hier nochmal einen hin, passiert nichts. Aber wenn ich auf die gleiche Höhe, wo der Redstone-Elevator-Kontakt ist, hinsetze, verändert er sich. Er wird nämlich zu einem Elevator-Kontakt. Und das Ding ist quasi letzten Endes schon die Funktion, die unser Fahrstuhl hier einnehmen soll. Wir setzen quasi hier die Kontakte hin und definieren damit, an welchen Stationen der Fahrstuhl halten soll. Wenn wir jetzt einen Rechtsklick auf die Dinger machen, können wir hier zum Beispiel sagen, welche Nummer das ist. Wir können zum Beispiel sagen, das hier ist minus zwei. Das ist zum Beispiel jetzt gerade Kellerstockwerk. Dann können wir sagen hier, das ist EG, das ist null. Und dann können wir zum Beispiel sagen, das hier ist Stockwerk eins. Dann ist das hier meine Eins, die wir eingeben. Okay, wir können sogar Namen dem geben. Wir können zum Beispiel sagen, oben können wir hier reinschreiben. Wir können oder auch einmal hier schreiben, unten können wir reinschreiben. Und wir können hier vielleicht reinschreiben, Untergeschoss. So, coole Sache auf jeden Fall. Und wie funktioniert es jetzt? Nun, mit Redstone erstmal. Das heißt quasi, wenn jetzt hier ein Stromsignal reingeht, in diese Dinger, so und so, und wir drücken drauf, dann fährt der Fahrstuhl auf dieses Stockwerk und bleibt er stehen. Und ich möchte mal gerade euch nochmal auf die Details aufmerksam machen. Achtet mal, wie der Fahrstuhl langsam bremst. Also immer langsamer wird und ganz sachte hält. Ja, die Türen gehen natürlich auch auf und zu. So, aber jetzt kommt der coole Teil. Denn wenn wir unseren Fahrstuhl, der ist noch assembled, um ihn zu disassemblen, einmal rechtsklick hier oben, jetzt ist er disassembled. Wenn wir jetzt in den Fahrstuhl diesen Control Block reintun, können wir damit den Fahrstuhl auch im Fahrstuhl kontrollieren. Und das ist das Coole. Wir setzen diesen Control Block rein, assemble wieder den Fahrstuhl. und jetzt können wir hier auswählen. Ihr seht quasi, ist das nicht geil gemacht? Seht ihr das? Wir können jetzt mit dem Mausrad quasi ein Stockwerk auswählen und wenn wir einen rechtsklick hier drauf machen, fährt der Fahrstuhl dann auf dieses Stockwerk. Und ihr habt es bestimmt gerade schon gesehen, wenn der Fahrstuhl verschiedene Türen hat, an verschiedenen Seiten, dann können wir zum Beispiel auch sagen, welche Türen aufgehen sollen. Sprich, angenommen mein Fahrstuhl bekommt jetzt nochmal hier und hier eine Tür hin und ich möchte zum Beispiel, dass hier oben beide Türen aufgehen. Okay, sagen wir Open All. Was ist, wenn ich zum Beispiel hier möchte, dass nur die Türen, die in diese Richtung gucken, aufgehen? Ja, dann gucke ich in die Richtung. Dann sagt das Ding auch, you are facing south. Das heißt quasi, ich gucke gerade nach south. Deshalb sage ich south side only. Okay, und hier soll bitte nur diese Richtung aufgehen. Das heißt, ich gucke gerade west und deshalb drücke ich hier west side only. Hat geklappt, wunderbar. Und das heißt, wenn wir jetzt den Fahrstuhl wieder assemble und wir rufen den Fahrstuhl auf diese Dings, dann seht ihr, geht nur diese Tür hier auf. Und wenn der Fahrstuhl bis nach unten läuft, dann geht nur diese Tür hier auf und die andere bleibt zu. Und wenn der Fahrstuhl bis nach oben geschickt wird, dann gehen alle Türen auf. Und das war es auch noch nicht. Denn wir können Display Links jetzt auch nutzen. Ich bestimmt kennt ihr diese Display Links. Die können ja doch einiges. Und die wurden natürlich auch extremst geupdatet. Sprich, wenn wir jetzt hier ein Display Board machen, das Ganze müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz motorisieren. Energie braucht es immer, so ein Display Board. Außer ihr nutzt Nixi-Tubes oder, das wissen viele nicht, Schilder. Ihr könnt solche Display Boards auch an Schilder dran machen. Also Display Links und die Schilder miteinander verlinken. Auch das würde funktionieren. Da machen wir ein bisschen mehr Tempo drauf. Zack. Und wir packen das jetzt zum Beispiel mal hier oben. Ich glaube, hier oben kann ich das dran machen. Wunderbar. Dann können wir zum Beispiel sagen, hier, not a display source. Ja, super, habe ich falsch gemacht. Ups, 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 ups. Dann machen wir es mal anders. Machen wir das hier dran. Ah ja, das hat funktioniert. Elevator Location. Das heißt, dann sagt er uns quasi, wo der Fahrstuhl gerade ist. Eins schreibt er jetzt gerade aufs Display. Mit anderen Worten, wenn ich den Fahrstuhl jetzt runterschicke, dann geht es auf 0, minus 2. Auch nochmal eine richtig coole Sache. Ich glaube, das ist besonders cool, wenn ihr Nixi-Tubes habt, also die Röhren habt. Dann könnt ihr natürlich auch direkt sagen, hier so zack und zack. Das könnt ihr bei jedem Stockwerk dran machen. Also jedes Stockwerk könnt ihr sagen, ich möchte gerne, dass du mir die Elevator Location anzeigst. Und wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, hier, Fahrstuhl würde ich gerne auf 1 hochschicken, dann seht ihr, zeigt das auch in Echtzeit an, wo der Fahrstuhl sich gerade befindet. So, das ändert wirklich einiges. Und ich finde die Updates, die hier in diesem Create-Ding drin sind, echt unglaublich. Ich hoffe, euch gefallen sie auch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut, bis bald und ciao.